Mir war schon immer scheißegal, was mir ein Richter gesagt hat Ich geb euch jetzt als Spende mal nen richtigen Zahltag Dropdynamic kriegt jetzt erstmal Nackenschläge, fuck Ich frage mich, wann er das letzte Mal seinen Schwanz gesehen hat Ihr wolltet Gary in dem Battle-Modus Und Laska sitzt in seiner Kellerwohnung, sieht aus wie ein fetter Frodo Rapper ficken ist ein Traditionszweig Nachdem Thalmatics Mama mich im Internet sagt Gab sie ihn zur Adoption, hab ihn frei Du nimmst meinen Namen in den Mund Ey Benson, mach doch nicht auf Strafe, denn die Strafe Ich frage mich, mach doch nicht auf Strafe